Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich bin Tino Gerbert. Ich bin Steffi Maath. Und wir moderieren für euch ... Äh, warte mal. Tino, was machen wir eigentlich? Boah, Steffi, jetzt hast du doch das epische Intro unserer Mosho versaut. Stimmt eigentlich, ne? Ja, lass uns weitermachen. Wir erklären für euch die wichtigsten Dinge rund ums Mountainbike. Fahrtechnik, die Technik an einem Fahrrad, Bikespots, Bikeparkchecks und alles mehr. Herzlich willkommen zur Mosho, unser YouTube-Show von Matziak Offroad. Und in den kommenden Folgen könnt ihr uns gerne Fragen stellen und wir beantworten alle Themen rund ums Mountainbike. Der Vorteil von Downhillern ist, dass sie mit 200mm Federweg extrem viel Reserven haben. Ich werde mich gar nicht in Zahlen verfangen, das soll Tino machen. Ich erkläre einfach, was ich daran so alles geil finde. Dann zeigen wir dir heute auch nochmal speziell, wo du Sekunden rausholen kannst, wenn du Kurven fährst. Das Projekt ist, glaube ich, sehr ambitioniert. Ich habe schon so viele Sachen falsch gemacht, ich habe so viel gelernt, es muss klappen heute. Hallo, hast du überhaupt zugehört, dass ich jetzt gerade... Die Herausforderung wird sein, dass wir tatsächlich einfach nur einen Rahmen haben. Bei sowas braucht man immer ein bisschen Geduld. Und Humor. Dafür ist Steffi ja auch da. Das Treffen, ein semi-erfahrener Schrauber und eine sehr erfahrene Zuschauer, genau. Genau. Ich bin gespannt. Also einfach rausgehen. Fahrt, egal mit welchem Rad, bei welchem Wetter, auf welcher Strecke. Es macht immer Spaß zu fahren und man lernt auch bei jeder Fahrt was. Und ja. Und dann sollte dem eigentlich diesmal im Wege stehen. Bereit? Marta am Start. Ready for shreddy. Dein Sport. Dein Shop. Matziak Offroad.